Leute, unsere gestrige Bitcoin-Analyse, die trifft mal wieder genau ins Schwarze. Wir sehen den erwarteten Pump and Dump in Bitcoin. Gestern zieht BTC an bis zur 69.000 US-Dollar-Marke, erreicht damit A genau unseren Bullischen C-Level in Türkis, zeitgleich aber auch die attraktivsten Verkaufslevel aus Bärensicht. Klare Ansage meinerseits, in diesen Kursregionen müssen wir davon ausgehen, dass wir erst einmal einen Abpraller sehen, was kommt. Wir sehen den nächsten Abverkauf von Bitcoin exakt. Bis zu den Kursmarken, wo wir ebenfalls drüber gesprochen haben, wo sich jetzt entscheiden wird, wer sich durchsetzt. Sind es die Bullen, also die Käufer oder die Bären, die Verkäufer? Genau darüber werden wir im heutigen Update-Video sprechen. Was machen wir dafür? Wir schauen uns diese aktuelle Seitwärtskonsolidierungsphase von Bitcoin am Allzeithoch noch genauer an. Wir brechen das Chartbild weiter auf und schauen uns heute mal den 15-Minuten-Chart in Bitcoin an. Denn hier haben sich neue bärische Strukturen entwickelt, die darauf hinweisen, die 65.000 US-Dollar-Region, die ist aktuell interessant. Alles, was du dazu wissen musst, die wichtigsten Preislevel, als auch natürlich die aktuelle Liquiditätslandschaft hier von Bitcoin, das bekommst du alles an die Hand. Und ebenfalls müssen wir über ein weiteres, sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, nämlich über die Federal Reserve. Wird es dieses Jahr doch keine Zinssenkungen geben? Was denkt aktuell der Markt? Könnte dieser vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt werden? Und welche Daten kommen heute raus, die sehr, sehr relevant sind? Und all das im heutigen Update-Video. Falls es dir gefällt, gerne den Like-Button smashen. Falls du neu hier bist auf der Crypto Wall Street, gerne reinabonnieren. Tagtäglich von diesen Analysen und Informationen profitieren. Und jede Menge rund um das Thema Crypto und Trading. Dazu lernt auch noch einen ganz, ganz großen Shoutout an jeden Einzelnen hier aus der Community. Vielen, vielen Dank für den Mega-Support auch auf das letzte Video. Und vor allem diese liebevollen Kommentare. Ich danke euch für eure Unterstützung. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich mit Gaso. Let's go! Und damit wieder einmal herzlich willkommen hier auf der Crypto Wall Street. Dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und Leute, heute weitere Rücksetzer hier auf dem Kryptomarkt. Die Altcoins, die müssen aktuell ordentlich einstecken. Vor allem bedingt durch den letzten Abverkauf in Bitcoin. Über die Altcoins hatten wir zuletzt im Livestream am Montag darüber gesprochen. Dort findest du jede Menge Analysen. Wann werden wir das nächste Mal über die Altcoins sprechen? Im nächsten Livestream. Wann ist der? Nicht Montag, Leute. Warum? Da bin ich in Paris. Die Paris Blockchain Week ist calling. Da werde ich euch natürlich live mitnehmen und updaten zu. Deswegen der nächste Livestream. Entweder Samstag, Morgen oder Sonntag. Lasst es mich in den Kommentaren einmal gerne wissen. Wann passt es dir besser? Dann schauen wir uns natürlich wieder alle Altcoins an. Jetzt aber erst einmal voller Fokus hier auf Bitcoin. Und wie immer starten wir die heutige Bitcoin-Analyse mit einem kurzen Recap zu unserer gestrigen Analyse. Die nächste Bitcoin-Rally wird alle überraschen. Zum Aufnahmezeitpunkt des gestrigen Videos standen wir in den Kursregionen von 66.200 US-Dollar. Wie es die weißen Pfeile kennzeichnen, war meine primäre Erwartungshaltung. Wir sehen kurzfristig steigende Kurse bis zu den Regionen 69.000 US-Dollar. Und dort müssen wir von einer weiteren Rejection, einem nächsten Abverkauf erst einmal ausgehen. Wieso, weshalb, warum? Long story short. Wir haben attraktive bullische Kaufbereiche erreicht in grün, als auch attraktive bärische Ziel-Level abgearbeitet. In diesen Regionen agieren beide Parteien am Markt, die Bullen, die Käufer und die Bären, die Verkäufer, in die gleiche Richtung. Die Bullen, Käufer kaufen den Markt und die Bären, die Verkäufer realisieren ihre Profite, closen ihre Shorts, covern ihre Shorts, kaufen dafür ebenfalls den Markt. Wir müssen davon ausgehen, in diesen Überschneidungsbereichen von bärischen Ziel-Leveln und bullischen Kauf-Leveln, dass wir erst einmal zum nächsten New-Turn ansetzen. Dann haben wir ebenfalls festgestellt, wenn wir das Hoch hier lokal bei 66.900 US-Dollar brechen, dann aktivieren wir auch noch bullische Ziel-Level, die exakt in dem Erholungstarget der Bären liegen, nämlich im sogenannten Gesamtkorrektur-Level, hier in orange einmal dargestellt. Reicht hoch bis 69.346 US-Dollar. Und auch hier hatten wir ganz klar feststellen können, wir haben auch hier einen Überschneidungsbereich von bullischen Ziel-Leveln in Türkis, also dort, wo Bullen anfangen, Profite zu realisieren, also ihre Longs closen, den Markt verkaufen. Und wir sind ebenfalls damit mit diesem Anstieg in einen attraktiven Verkaufsbereich der Bären vorgedrungen, wo die Verkäufer natürlich wieder attraktive Kurslevel haben, um den Markt erst einmal wieder runterzudrücken. Nicht nur das, wir hatten auch im übergeordneten Chartbild über die 69.000 US-Dollar-Marke gesprochen, das letzte Allzeithoch von Bitcoin, was aktuell mit dem erneuten Durchbrechen nach unten kurzfristig zu Widerstand werden sollte. Und genauso ist er erst einmal fungiert. Doch jetzt, Leute, haben wir in den kleineren Timeframes hier weitere Strukturen aktiviert, über die wir definitiv sprechen müssen. Und die aktuelle Abverkaufsbewegung hier von Bitcoin ist nicht irgendwie erfolgt und vor allem auch nicht bis zu irgendeinem Level erfolgt. Darüber hatten wir gestern ebenfalls schon spekuliert, als diese Ziel-Level hier oben noch gar nicht bestätigt waren, nämlich das nächste interessante bullische Level. Wenn wir nach Sequenzaktivierung das Ziel-Level C in Türkis erreichen, hat der Markt natürlich aus Bullensicht auch erst einmal wieder ein gewisses Erholungspotenzial beziehungsweise Potenzial für einen Abverkauf, nämlich bis zum sogenannten Gesamtkorrektur-Level. Das Fibonacci-Retracement gezogen vom Startpunkt der türkisfarbenen Sequenz bis zum höchsten Punkt C. Und da haben wir darüber spekuliert, in Abhängigkeit davon, wie hoch dieser Punkt C sein wird, wird es das Gesamtkorrektur-Level sein. Liegt aktuell 66.900 US-Dollar und reicht runter bis 66.100 US-Dollar. Und mit diesem ersten Anlaufen dieses Wendebereiches, Kaufbereiches, müssen wir erst einmal davon ausgehen, dass wir auch hier den nächsten Bounce reinbekommen. Jetzt hatte ich gerade eben darüber gesprochen, dass diese Abverkaufsbewegung nicht irgendwie vonstatten gegangen ist. In diesem Fall haben wir auch hier einen ersten bärischen Impuls, eine leichte Erholung. Ganz wichtig, das, was für eine bärische Sequenz erfüllt sein muss, ein lokales Hoch, danach ein Tief bilden und danach ein tieferes Hoch im Vergleich zu unserem lokalen Hoch bilden und im Anschluss wiederum ein tieferes Tief. Also den A-Punkt brechen. Und genau das ist passiert, Leute. Damit haben wir folgende bärische Strukturen aktiviert. Mit diesem neuen Tief, mit dieser Kerze hier um 7.15 Uhr am 5. April, also heute Morgen tatsächlich, haben wir diese bärische Struktur in gelb erst einmal aktiviert. Ziellevel dieser bärischen Struktur, wie bestimmen wir diese? Ganz klar ebenfalls mit der trendbasierten Fibonacci-Extension. Das legen wir an, an unserem Startpunkt der Sequenz, zu unserem A-Punkt, zu unserem B-Punkt und dann klappen sich die interessanten Ziellevel aus Bären-Sicht auf, die hier bereits hinterlegt sind. 65.539 US-Dollar runter bis 64.774 US-Dollar. Und mit dem ersten Anlauf, hatten wir eben darüber gesprochen, müssen wir davon ausgehen, erst einmal, dass der Markt hier eine bullische Reaktion zeigt. Jetzt das aber. Bis wohin? Natürlich aus struktureller Sicht bis zum nächsten interessanten Level aus Verkäufer-Sicht, aus Bären-Sicht, das sogenannte BC-Korrektur-Level. Wir haben in diesem Fall das Ziellevel C noch nicht abgearbeitet. Wir befinden uns auf der Strecke B zu unserem Ziellevel C. Und immer wenn das der Fall ist, dann dürfen wir uns das sogenannte BC-Korrektur-Level ziehen. Fibonacci von B-Punkt bis zum aktuellsten Tiefpunkt C. Und kommen dann wieder auf den nächsten interessanten bärischen Verkaufsbereich. 67.965 US-Dollar runter bis 67.568 US-Dollar. Wenn der Markt hier letzten Endes rein sticht, müssen wir erst einmal davon ausgehen, dass wir hier eine Rejection reinbekommen. Was bedeutet das für einen kurzfristigen Trade innerhalb dieses türkisfarbenen Wendebereiches? Naja, nach Regelwerk ist das richtige TP, ein richtiger Tate-Profit, erst einmal dieses bärische Wende-Level. Ihr seht selber, das ist nicht viel Strecke, weshalb ich selber in einem 15-Minuten-Chart nicht aktiv bin. Du kannst es machen. Du kannst natürlich deinen Hebel entsprechend anpassen, dein Risiko entsprechend anpassen und dann auch diese kleinen Strecken traden. Für mich ist aber aktuell der Markt jetzt in einer Kursregion angekommen, wo es wirklich wieder zu einem Kampf zwischen Bullen und Bären kommt. Und wir aktuell noch nicht entscheiden können, wer sich hier letzten Endes durchsetzt. Denn wir haben übergeordnet primärisches Szenario hier in grün dargestellt, bullischer Kaufwende-Bereich. Entgegengesetzt haben wir ein sekundäres Szenario, was letzten Endes hier bärisch erst einmal aufgegangen ist. Plus vor allen Dingen, wir kriegen mehr und mehr bärische Bestätigungen rein, reagieren an den entsprechenden bärischen Leveln und haben jetzt auch nochmal eine bärische Struktur aktiviert mit erneutem BC-Anlauf, weshalb wir davon ausgehen müssen, dass diese Struktur in sich genug Stabilität hat, genug Kraft hat, um seine bärischen Ziellevel zu erreichen. Und diese liegen in der Region 65.540 US-Dollar unter bis 64.774 US-Dollar. Und daher, Leute, möchte ich aktuell diesen türkisfarbenen Wendebereich nicht mehr für einen kurzfristigen Long nutzen, denn aktuell weist diese gelbfarbene Struktur darauf hin, wir müssen erst einmal davon ausgehen, dass wir hier unten hinrutschen. Was heißt das jetzt konkret für unseren aktuellen Trading-Fahrplan hier in Bitcoin? Naja, in diesen Kursregionen hatten wir ganz klar die Wahrscheinlichkeiten auf unserer Seite, Leute, dass wir erst einmal zum U-Turn-Gen-Norden wieder ansetzen. Genauso, wie wir die Wahrscheinlichkeiten auf unserer Seite hatten, dass der Markt, wenn er hier rein sticht, erst einmal zum U-Turn-Gen-Süden wieder ansetzt. Jetzt sind wir exakt zwischen diesen beiden Punkten angekommen. Das Chartbild, die Price-Action, zieht sich immer weiter zusammen. Und irgendwann, in diesen kleinen Timeframes, Leute, halte ich mich dann einfach raus und warte einfach auf eine klare Bestätigung. Und das ist mein aktueller Fahrplan, Leute. Sideline jetzt. Trade-technisch bin ich nicht im Markt aktiv. Mein Spot-Portfolio natürlich weiterhin maximal am Glühen. Auch weiterhin werde ich nichts von meinen Bitcoin-Spot-Positionen aufgeben. Denn ich rechne weiterhin damit, dass wir früher oder später diesen gigantischen Ausbruch in Höhe von 100% innerhalb von 30 Tagen dann reinbekommen. Wie lange diese Konsolidierungs-Sitwärtsphase geht, darüber haben wir explizit auch noch einmal im gestrigen Update-Video gesprochen. Von daher, falls du es nicht gesehen hast, schau es dir unbedingt noch einmal an. Da hatten wir über diese bevorstehende Kurs-Explosion von Bitcoin gesprochen, über den Ausbruch, wie lange das noch geht. Von daher gerne da einmal reinschauen. Schauen wir uns jetzt selbstverständlich auch noch einmal die aktualisierte Liquiditätslandschaft von Bitcoin an. Und auch hier wird sehr, sehr gut ersichtlich, wie wir aktuell in diesem Preiskampf zwischen Bullen und Bären stecken. Während wir gestern ganz klar die Wahrscheinlichkeiten auf unserer Seite auch noch einmal bestätigt durch die Liquidität hatten, hier in Form von Liquidität gen Norden zu finden, mit diesem Anstieg jetzt aber diese Liquidität herausgeliquidiert worden ist und der Markt zum U-Turn angesetzt ist, hat sich die Liquiditätslandschaft geändert. Nämlich, sie ist ebenfalls ziemlich flat. Wir sehen drei niedrig gehebelte Longs unter uns, als auch fünf niedrig gehebelte Shorts über uns. Nicht mehr Medium-Leverage Shorts oder hoch gehebelte Short-Positionen in Rot oder in Orange. Nein, das hat sich jetzt alles ziemlich neutralisiert. Und wenn wir uns einmal kurz das Cumulative Liquidation Levels Delta anschauen, wo wir gestern ebenfalls feststellen konnten, Achtung, die Shorts maximal at risk. Ich rechne mit einem Short-Squeeze. Wir haben letzten Endes genau dieses Cumulative Liquidation Levels Delta abgebaut, sind sogar kurzzeitig in den grünen Bereich reingekommen. Dort waren die Longs at risk, die ebenfalls jetzt mit diesem letzten Abverkauf noch einmal herausliquidiert worden sind. Die aktuelle Ratio, 50-50, ziemlich genau 320 Shorts versus 328 Longs. Aktuell leicht at risk, die Shorts. Wir haben auch die größeren Spikes hier, gehen Norden zu finden. Aktuell die größten Spikes, ziemlich ähnlich im Volumen her, also von der Größe der Position, einmal in Bitcoin gehen Norden zu finden, als auch in Bitcoin einmal gehen Süden zu finden. Machen wir weiter mit den Heatmaps. Auch hier in der 12-Stunden-Chart, Liquidität über uns, als auch Liquidität unter uns. Machen wir weiter mit der 7-Tages-Chart in Bitcoin. Highblock Capital Heatmap, Liquidität, darüber hatten wir gestern gesprochen. Schönes Cluster, hier in den Regionen 72.000 US-Dollar. Jetzt aber noch mehr Liquidität, auch wieder unterhalb dieses letzten lokalen Tiefs Low, in den Regionen von 64.4 runtergekommen bis 62.950 US-Dollar. Und wenn wir uns den Monatschart anschauen, dann haben wir sowohl Liquidität über uns, als auch unter uns. Von daher auch hier aus Liquiditätstechnisch oder Liquiditätssicht zeigt erst einmal alles auf, dass wir hier am heutigen Tag höchstwahrscheinlich erst einmal in eine Konsolidierungs-Seitwärtsphase zwischen diesen bullischen und bärischen Wendebereichen landen. Bevor wir jetzt gleich noch auf die Implikationen des Zinsentwicklungspfad der Federal Reserve zu sprechen kommen, lasst uns abschließend zur heutigen Bitcoin-Analyse noch einmal über beide Szenarien sprechen, in bärisch als auch bullisch und was das mit dem Bitcoin-Preis mit sich führen würde. Starten wir mit dem bärischen Szenario. Sehen wir folgende Price Action. Das Anlaufen der bärischen Ziellevel ist es eine weitere bärische Bestätigung. Sollte der Markt dann noch einmal zur Erholung ansetzen, müssen wir wiederum im bärischen Verkaufsbereich davon ausgehen, dass wir erst einmal im Süden abprallen, weiter abverkauft werden. Wohin ist denn dann die nächste interessante Marke für Bitcoin? Zwischenziel hier erst einmal 64.500 US-Dollar. Das ist das Erste. Vor allem, wenn wir dieses Tief herausnehmen, Leute, 65.000 US-Dollar brechen, dann ist auch diese gesamte bullische Struktur in Türkis zunichte. Und wir müssen hier tatsächlich von diesem bullischen Szenario Abstand nehmen und uns darauf einstellen, dass der Markt noch einmal in die Region von 62 respektive 60.000 US-Dollar abverkauft wird. Dort wird sich dann herausstellen, in welche Richtung es für Bitcoin weitergeht. Erst einmal wieder Bounce oder gehen Süden. Und sollte es tatsächlich noch einmal zu einer Unterschreitung von 60.000 US-Dollar kommen, Leute, das Worst-Case-Szenario, das ist gar nicht so schlimm. Da sprechen wir immer wieder drüber. In diesem Fall stellt das Worst-Case-Szenario hier der Average Realized Price, der Kurzzeithalter dar. In diesem Fall dient dieser in einem Bullenmarkt immer dann zu einem Support, beziehungsweise zu einem attraktiven Kauflevel, wenn wir das anlaufen. In 56.500 US-Dollar liegt dieses bereits und dort gehe ich dann auch spätestens von der nächsten Trendwende aus. Also alles kein Beinbruch. Und sollte der Markt dann noch einmal in diese Kursregion vorstechen, ist es aus meiner Sicht ein attraktiver Moment, eine attraktive Möglichkeit als Sideliner, als Seitenliniensitzer oder letzten Endes derjenige, der in Bitcoin noch ein bisschen mehr investieren möchte, hier zuzuschlagen. Vor allem das Szenario hier der besten DCA-Methode, das hat man wieder gegriffen, Leute. Haben wir auch darüber gesprochen, die beste DCA-Methode, wie ist die letzten Endes zu definieren? Wir schauen uns die Kohorte von Bitcoin-Haltern an, die eine Woche oder einen Monat in Besitz von Bitcoin sind. Dieser durchschnittliche Kostenpreis liegt letzten Endes oder lag letzten Endes in den letzten Tagen noch roundabout 67.900 US-Dollar und wir standen vom Preis da drunter. Und immer wenn der Preis da drunter liegt, Leute, ist es aus dieser Sicht erst einmal ein attraktiver Moment, zu akkumulieren, denn auch wenn wir hier das einmal begutachten, immer wenn der Markt das gesamte Jahr, beispielsweise 23 unterhalb dieser durchschnittlichen Kostenpreise gerutscht ist, war es ein attraktiver Moment zu kaufen. Danach kam der nächste Up-Move, auch hier wieder runtergerutscht, attraktive Momente zum DCA-Dollar-Cost-Averaging. Nächster Up-Move, auch hier wieder drunter gebrochen, attraktive Regionen. Hättest du beispielsweise über 30.000 US-Dollar durchgehend akkumuliert, hättest du auch hier diesen gesamten Up-Run wunderschön mitnehmen können. Also auch hier diese beste DCA-Methode. Aktuell hat sie sich wieder bewährt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Kommen wir jetzt zum bullischen Szenario, welches aus High-Time-Frame-Sicht, aus den hohen Zeitebenen weiterhin mein präferiertes Szenario ist, mein primäres Szenario ist. Wieso, weshalb, warum? Naja, der Aufwärtstrend, der ist noch nicht gebrochen hier in den hohen Time-Frames. Wir bilden stetig höhere Hochs und höhere Tiefs, haben jetzt zugleich hier ein lokales Hoch reingemeißelt und hier ein lokales Tief. Dazwischen konsolidiert der Bitcoin-Preis aktuell. Dementsprechend hier noch nichts aus den High-Time-Frames erst einmal gebrochen, welches letzten Endes dann für weitere Abverkäufe spricht. Dementsprechend müssen wir darauf achten jetzt, dass erstens dieser Wendebereich gebrochen wird, wie diese Price-Action von Bitcoin sehen, und dann vor allem auch der Wendebereich des bärischen Szenarios in orange gebrochen wird. Sehen wir diese Price-Action zurückeroberndes 69.000 US-Dollar-Levels, Leute, dann macht es Freude und aus meiner Sicht geben wir dann erstens noch einmal Anlauf dieses kurzfristigen Widerstands, der aus meiner Sicht dann erst einmal gebrochen werden sollte und wir dann zu unseren nächsten bullischen Ziel-Leveln erst einmal kurzfristig in die Region von 74.300 US-Dollar hoch bis 77.000 US-Dollar laufen werden. Und das soweit erst einmal zur heutigen Bitcoin-Analyse. Ich hoffe, der Fahrplan ist damit glasklar. Falls es so ist, gerne schon mal den Like-Button smashen. Falls irgendwelche Fragen offen geblieben sind, schreib sie mir gerne in die Kommentare unterhalb dieses Videos oder wie immer der Hinweis, join auch gerne unsere kostenlose Telegram-Gruppe. Ja, kostenlos. Die Möglichkeit für dich, mit über 3.000, fast mittlerweile 3.800 Mitgliedern, hier in den Austausch zu treten, Krypto-Analysten, Investoren, Trader, als auch mit mir in Interaktion zwischen diesen Videos zu treten. Dort werden sämtliche Fragen für dich beantwortet und du lernst jede Menge rund um das Thema Krypto und Trading dazu. Gerne einmal in der Videobeschreibung nach dem Telegram-Link schauen. Und wir sprechen jetzt abschließend über die Neuigkeiten rund um die Federal Reserve, denn hier hat einer der Federal Reserve Vertreter, Kaschkari, jetzt geäußert, dass er erwartet, dass es nur zwei Rate Cuts, zwei Zinssenkungen in diesem Jahr geben wird. Aktuell, Leute, geht der Markt weiterhin davon aus, dass wir drei Zinssenkungen sehen. Und vor allem hat er gesagt, but also says, there could be none. Es könnte dazu kommen, dass es zu keinen Zinssenkungen führt im Jahr 2024. Und wenn wir uns die aktuellen Daten einmal anschauen, dann ist die Wirtschaft in den USA sehr stabil. Heute um 14.30 Uhr kommen weitere Arbeitsmarktdaten raus. Diese sind weiterhin sehr, sehr, sehr stabil. Und vor allem die Inflation, Leute, die verläuft aktuell seitwärts in den USA, weshalb natürlich durchaus die Federal Reserve higher for longer anstreben könnte beziehungsweise auf diesem Level noch länger verharren könnte. Und das würde den Markt auf einen ganz, ganz falschen Fuß erwischen. Denn wenn wir uns einmal die Meeting Probabilities anschauen, die nächste Federal Reserve Zinsentscheidung in 26 Tagen, aktuell geht der Markt davon aus, gehe ich auch davon aus, dass im Mai erst einmal keine Zinssenkung kommt. Doch, der Markt geht davon aus, dass wir die erste Zinssenkung in diesem Zinszyklus hier sehen im Juni. 12.6. 59% sagen, es wird zur Zinssenkung kommen. 35% sagen hier, es wird bei diesem aktuellen Zinssatz bleiben. Dann im Juli wird es soweit erst einmal keine Zinssenkung geben. Dann geht der Markt wieder davon aus. Im September sehen wir die nächste Zinssenkung. Zinspause erst einmal wieder im November. Und dann im Dezember eine weitere Zinssenkung. Also 3. Kaschkari, der sagt, er geht davon aus. 2. Es könnten aber auch keine Zinssenkung kommen. Wer hat jetzt wieder recht, Leute? Das wissen wir nicht. Das werden wir nie wissen. Das ist letzten Endes ganz klar datenabhängig. Und vor allem deswegen auch immer auf diese Daten achten. Schauen um 14.30 Uhr die neuen US-Arbeitsmarktdaten. Arbeitslosenquote prognostiziert bei 3,9%. Stillstand wäre nicht gut. Würde für higher for longer sprechen. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Ebenfalls eine wichtige Kennzeichnung oder ein Kenndaten. In diesem Fall wird prognostiziert, ein Rückgang wäre positiv. Würde für eine Abkühlung des Arbeitsmarktes sprechen. Alles oberhalb der Prognose. Schlecht für die Märkte. Soweit erst einmal zu bewerten. Und die durchschnittlichen Stundenlöhne. Aktuell prognostiziert, dass sie weiterhin steigen. Diese Lohnpreisspirale, Leute. Die ist weiterhin im Gange. Und wenn wir das sehen, dann spricht es auch soweit erst einmal zur Aussage für Kaschkari. Gut. Und damit wären wir am Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, ich konnte wieder mehr Werte liefern. Dir hat das Video gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Falls es dem so ist, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du einmal eine positive Wertung da lässt. Auch gerne ein Kommentar für den Algorithmus einsteuern. Und falls du in Zukunft jeden Tag bestens vorbereitet in den Trading Tag starten möchtest, dann lass gerne das kostenlose Abo da. Euch wünsche ich jetzt schon mal ein wunderschönes Wochenende. Es ist Freitag, Leute. Stimmt noch einmal in den Kommentaren darüber ab, wann ich live gehen soll. Morgen oder letzten Endes am Sonntag. Und dann freue ich mich auf die nächste Live-Session. Natürlich wird es auch morgen wieder ein Update-Video geben. Wir hören uns. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.